Brandenburgs Verkehrsminister Rainer Genilke hat der Stadt Elstabada Fördermittel in Höhe von insgesamt rund 763.000 Euro für zwei Straßenbauvorhaben in der Großenhainer Straße im Ortsteil Grauschütz und in der August-Bebel-Straße im Stadtteil West übergeben. Knapp 326.000 Euro fließen in den grundhaften Ausbau von 766 Metern der Fahrbahn der Großenhainer Straße, welche zugleich Teil der B101 ist. Das Hauptaugenmerk liegt hier außerdem auf den ungenügend ausgebauten Nebenanlagen und insbesondere auf den Gehwegen. Rund 731.000 Euro Gesamtkosten werden hier erwartet. Das Bauvorhaben in der August-Bebel-Straße in Elstabada wird mit knapp 438.000 Euro gefördert. Der Schwerpunkt liegt auf dem Umbau der Gehwege. Die aktuelle Fahrbahnbreite von 8 Metern wird auf 6,50 Meter verringert. Im Zuge des Bauvorhabens wird für den Fußverkehr auf einer Länge von 660 Metern ein durchgehender beidseitiger Gehweg angelegt. Die Gesamtkosten hier belaufen sich nach aktuellem Stand auf rund eine Million Euro.